Die Natur. Die Natur ist die beste Medizin. Sie stärkt unser Immunsystem, macht uns glücklich und hilft uns, unsere innere Mitte zu finden. Also kurz gesagt, kann sich die Natur einfach auf Körper, Geist und Seele positiv auswirken. Manchmal reicht es auch schon, wenn man das Fenster öffnet oder sich nur vorstellt, im Wald zu sein oder einfach auch Wasser plätschern zu hören. Sich Naturbilder oder Videos anzusehen. Die verschiedenen Farben, egal ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Jede Jahreszeit hat es in sich. Zudem auch noch das Vogelgezwitscher oder der Wind, der durch die Blätter weht. Diese Gabe der Natur streicheln nicht nur unsere Sinne, sondern können tatsächlich Krankheiten vorbeugen. Shinrin-Yoku, zu Deutsch Waldbaden, ist in Japan seit vielen Jahrzehnten etabliert und schulmedizinisch anerkannt. Manche sogar sagen, dass sie einen Ideenschub haben, wenn sie in der Natur sind, wo andere hingegen einfach abschalten können und das hier und jetzt genießen. Letzterem gehöre ich dazu. Wenn man zum Beispiel Stress hat oder abbauen möchte, hilft es einfach mal aufmerksam, dem Vogelgezwischer zuzuhören. Beobachte die Natur, wie sich die Blätter im Wind bewegen, den Käfer, der seine Rute krabbelt, oder die Vögel, die hin und her fliegen. Bei vielen Menschen löst es Glücksgefühle aus. Also, einfach mal ab in die Natur, ohne Kopfhörer und Musik. Lassen wir die Natur unsere Musik sein. Währenddessen, tief ein- und ausatmen und einfach sein. Genieße es, so gut es geht, wie eine tägliche Medizin. Geh raus und hab Spaß. Lass die Natur dir helfen.